10 Schaden Ah, hier, bam So, jetzt ist er tot, wenn er dran ist Perfekt So Fischgötze Ich habe keinen Weihwasser mitgenommen Fuck Ja, schlink den Helden Schwächung Bis zum Lager minus 12 ausweichen Oh, und da ich ihn nicht lagere Über den ganzen Einsatz Uiuiuiui Bitter So, ähm, hier, Heilkräuter Kann gründlich untersucht werden Nice Oh, wieder Fischmenschen Ähm Einmal im ganz hinten, weil ich am schlechtesten ankomme vielleicht Geh vielleicht auch nicht ganz am schlechtesten Also Speerfischen Aua Giftschleim Ankotzen Arschgeigen Äh, nicht auch mal einen Charakter, der die Gegner ankotzen kann Find ich geil So, die Giftschleim Waffen, ey Aua Die tun ganz schön weh Die Jungs So, vier Schaden pro Wund Der hat noch vier Leben Dürft mal mit So, ein Meeres Hieb Aua Jungs Lasst den Quatsch Dafür kotzt ich euch nämlich immer an So, einer tot. Die gehen jetzt aber krass auf den. So, du darfst den gerne mal heilen, jetzt ne runter. Das hat er verblutet jetzt. Toll. Betäubt, sehr gut. Wie viel kriegt er vier? Das geht da achten, damit stirbt er. Und wieder hier heilen. Von neu geheilt, nice. Bamm. Mit der Kette geschlagen. Bamm. Richtig gut. Das lief doch ganz gut. Remind yourself that overconfidence is slow and insidious killer. 90 licht, so. Geht's rein. Überrascht. Huhuhu. Erstmal trotzdem. Ich brauch den gar nicht verwandeln. Voll geil. Der ist mir gefährlich aus. Er ist mein Kipp. wieder alle Waffen für mich. Dann soll ich den vielleicht mal vorziehen. Komm mal vor, Junge. Streik. Er hat noch überlebt. Stresswelle. Ok. Sowas wird nicht so krass. Ok, außer dass sie jetzt alle Stress auf ihn machen. Krittet auch wieder. Sie sind halt mit dem Kritt los. Meine Güte. Hey, der schützt denn jetzt? Ja. Der fragt eh, wenn er wieder dran ist. Will ich jetzt mal? Ich will ja hier Absolution. Um mich zu heilen und meinen Stress zu reduzieren. Zwei. Zwei. Ja, komm. Ah, der hat vier. So, dann brüch ich euch mal an. Wenn ihr schwächer seid. Alter, 20 Schaden ist aber schon krass. Ist es schon immer. Das muss man doch nicht. Ob esennes junk ist oder das oder ganz nett claw man beeária Liter gemacht habe. Ja, ich kann nicht immer sagen. Ein poco später eine zurzeit muss man ja heute bespolen. Die das10e absolutelegfeiertate internship werden können jetzt bis 1,4cm. Mann, der macht das immer noch. Und der hat das auch nicht... Der hat wieder... Wie, betäuben wir das schon? 25% gerade mal? Halt ich mal selber her. Krass. Mein Leben hat wieder hochgehalten. Au! Nicht machen. Jetzt muss er sich doch noch verwandeln, der Junge. Alter, hat der... Hat der viel Widerstand. Abwehr 33% ist das doch nur... Wie treffe ich den dann so schlecht? Ja, das wird auf jeden Fall nichts mehr runter. So, ja, ich heiß. Ich kann hier eben nochmal Absolution machen. Stress, Schaden, Heilung. Perfekt. Hör doch mal auf damit. Ähm... Dann hab ich nur meinen Tank hier. Okay, das hat nicht viel gebracht. Also besser als nix, aber... Viel gebracht hat es trotzdem nicht. Und dann buffe ich uns alle nochmal. Weil der da weg ist, der buff. Da ist das Ding umgefallen. Dann giften wir den noch. So, dann heilen wir nochmal den Tank. Ah, das war schon besser. Dann machen wir dem nochmal eine mit der Kette über die Rübe. So, wie er beträubt ist. Perfekt. Und dann stoppt er sowieso. Nice. Und erkunden darf ich auch noch. Das ist ja mal geil. So, das heißt hier, gehen wir uns erstmal entschärfen, ne? Danke. Verstückt die Erbstücke. Wuhu. Darf ich auch nur zwölf maximal zusammenbringen. Wer hab ich noch? Oh, wir haben noch ein bisschen was vor mir. Sollte ich mehr als eine Fackel pro Raum nicht mehr benutzen, glaub ich. Nochmal erkunden. Nice. Das spart einem viel Ärger mit den Fallen. Beute. Oh, noch ein Schlüssel. Ein bisschen Geld. Ähm. Ich habe kein... Ich hab nur noch Gegengift mit, aber ich glaub, das bringt nichts. Ne. Dann... Hab ich nichts mehr dabei. Hier brauch ich also ein bisschen Heilkräuter. Malen mal wieder hier. Dö, 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 dö. Ich geb dir Gift. So, mein Schau. Oh, beide ausgewichen. Das ist assi. Weiter Artillerie. Ja, der hat halt Nahkampfschwierig... äh, Fernkampfschwierigkeiten. Hörter Typ. Hey, nicht mal einen Lediven abstechen. Das find ich irgendwie unfair. Das musst du jedenfalls noch steigern. Schuss aus der nächsten Nähe. Ach nein, dann rutsch ich wieder nach hinten. Warum das eigentlich? Der hat doch eigentlich einen ganz guten Bewegenwiderstand. Er hat eigentlich 75% Bewegenwiderstand. Durchwurf, komm. Flap. Du bist schon mal tot. Oh, wie verwandest du dich jetzt, würde ich mal sagen. Nämlich auch ein fettes Vieh dabei. Rage, Clownheap. Schwere Schlag. Zwei zurückschlagen. Ah, widersetzt. Schade. Ich kann ihn trotzdem noch heilen. Aha. Oh, betäubt und weggeschoben. Nice. Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass eine Leiche wegschieben überlebt. Clownheap. Clownheap. Vier bis acht. Rage. Sieben bis 13. Nice. Ich kann die Blutung nicht stillen. Doch, ganz so. Und du kriegst noch einen ab. So, heilen. Heilen. Wieder dich. Sehr gut. Mir brüllen alle. Diese Reihe wird standhalten. So, der kann von da hinten was machen? Das hätte ich nicht erwartet, muss ich einfach mal sagen. Ich kann mich da selber heilen. Ich vollpottel. Glück, 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 Glück. Geheilt. Gestärkt. So, Rage. Antwerf. Warm. Das ist nicht so, dass du das scharpe Blad. Und nehmen. So, also habe ich noch mindestens einen Raumkampf vor mir. Der ist natürlich nicht so geil. Und hier ist auch gleich ein Marathon. Überrascht. Rorschuh. Ähm. Ne? Patsch. Da hat er damals schon nur noch vier. Äh, Heilung? Äh, drei. Geil. Okay, er hat noch zwei, wenn er noch dran ist. Ah, kommt aber da noch dran. Nein, nicht passend zu betäugen. Oh, wie es sich allen widersetzt. Sehr gut. Hier ist viel Geschicklichkeit. Ich darf doch hier nicht lagern. So. Noch schlimm begiftet. Meereshieb geht zum Glück vorbei. Der ist tot. Jo, ne, ähm. Vertreut man dich halt noch. Kurz zu jeden Fall. Ah, der ist ja eh gestorben. Oder ja, sechs Schaden. Eka. Und der explodiert. Und alle sind ausgewichen. Sehr gut. Das finde ich mal gut. Dann noch einen schönen Dahil raus. Nice. Mach mal hier nochmal Absolution. Stressreduktion. Ja, du trinkst einfach was. Wir warten, bis der durch ist. Wer dran kommt, dass du selber sterben. Ha! Beweil. Triumphant pride precipitates a dizzying vorn. Jetzt hab ich noch zwei vor mir. Achtzig. Hier ist nichts drin. Okay. Dann letzter Raumkampf im letzten Gebiet. Das ist kein Raumkampf. Vergiften. Arschgeige. Ähm. Fünfzig. Fünfzig. Hatsch. Du bist jetzt mal gestunnt hier. Und wir buffen uns. Und dann nochmal den nochmal schön schaden. Ach, schade. Wir haben fast gestorben beide. Ach, es wird schon wieder nach hinten. Ehrlich. Dreimal in Folge bei 75% Bewegungsresistenz. Das ist doch ein schlechter Scherz. Ich bin daivil. Ich bin da manchmal tun Two. Ich bin da. Da war es mal star.